Hallo Leute, zu diesem neuen Video hier von Minecraft, ja hier auf dem Team Moliath, da wir zocken heute wieder ein bisschen jumpvoll und das seht ihr alles nach dem neuen Intro. So, wir zocken heute auf der Tagessieger und wir zocken hier Enderman Challenge und gehen mal kurz rein. Und so, hey, willkommen in der neuen Meinung Map, ok, gut, hau voraus Enderman, ok, und einfach so rüber, ich weiß nicht, viel Spaß, ne, Enderpeller, achja, es gibt, such die Enderpeller, ok, ich brauche ein neuer Enderpeller, achso, ok, das, ähm, ah, Ich will mal weggehen. Oh fuck, ist nass. Wir gehen hier auf die Seite, und vielleicht ist es für euch, für euch ein bisschen zu laut, deswegen, schaltet euch ein bisschen weiter runter. Und, rein da, so, ok, lassen wir ihn wieder vorne mitlaufen, und, die Position, das war scheiße von mir, ok, nochmal, nochmal, auf. So, checkpoint, da war ich, ok, ein bisschen jump and run, ist ja auch nice, und wenn es halt jetzt nicht fail, wäre es nice gewesen, glaube ich. Da springt rüber, ok, ob es hier wieder ein anderes wieder machen, wieder von, ja, hier mit den Enderpellen. Na und jetzt. Dann müssen wir uns bis zu ganz rüber. Kann ja gut sein. Ach, scheiße. Dann müssen wir uns wirklich ganz rüber schmeißen. Vielleicht klappt es, klappt nicht. Ne. Okay. So, das hat nicht so gut geklappt. Und, ist vorbei geflogen. Und, komm schon, jetzt müssen wir es auch mal schaffen, ein bisschen weit nach vorne. Und. Und. Ja. Auf dem Haus gelandet. Nice. Ist klar, wir müssen aber. Rüber, ja. So hin. Da hin. Da hin. Und. Und. So. Und. Dann, wir haben uns hier unten angekommen. Mal wieder runter. Man sieht es auch, glaube ich auch nicht, so. So. Ist einer runter. so und wir haben irgendein mail nehmen uns länger und doch da und zum potter so ok der hell dafür jetzt scheiß von mir also könnte auch aufs rote drücken aber okay rüber ist es jetzt den schluss so danke für spielen das ziel kreativität ist gut sprüge waren ja gut optik ist auch mal kurz in die favoriten rein und das war mega ist hier mal mit dieser runde hoffen ist hat euch wieder was gefallen hier von stampo das so gerne daumen um da wenn ihr auch den intro gut findet und hier wieder ein bisschen mit dem volt wieder zu tun haben das sollte ein abo da wenn ihr nichts verpasst worden haut rein bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal